jo servus liebe leute und herzlich willkommen schön dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren schnellen und leichten platin hier mit dem button b das neue spiel von akinta ist am start für die ps4 kostet 1 euro 49 und gibt es leider aktuell auch nur im eu store im us-store müsst ihr noch vier tage warten da gibt es das ganze erst ab 26 dauer der platin hier nur eine minute trophäen insgesamt 16 stück und alles was wir hier machen müssen ist eigentlich x drücken ja aber sobald ihr diesen roten jetzt müsst ihr kurz aufhören denn der zieht euch punkte ab ansonsten drückt er hier x dann bekommt er hier punkte und sobald ihr den roten seht aufhören dann wieder drücken ja auch der blaue hier der gibt punkte jetzt müsst ihr wieder kurz aufhören wie gesagt der rote zieht euch punkte ab der blaue gibt euch punkte auch wenn gerade keiner da ist das gibt auch points ja und sobald der rote hier erscheint einfach kurz aufhören das ist alles was ihr hier tun müsst für die platin und das ganze macht jetzt einfach so lange bis halt dementsprechend die platin erscheint also recht easy das ganze da ist es schon wie da ist die platin und das war's schon ja leute ich hoffe das ganze hat euch gefallen ja wenn ja lasst einen daumen nach oben gibt ein bisschen feedback wenn ihr bock habt und abonniert den kanal falls noch nicht geschehen und dann sehen wir uns im nächsten video wieder bis dahin macht's gut und servus ein so Untertitelung des ZDF, 2020